Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Strago. So, komm. Ihr macht hundertprozentig mehr Nahkampfschäden. Quim Bob. Komm. Ja. Was in Mana-Verschwendung. Jo, das macht deutlich mehr Schaden. Aber ich glaube auch, der sollte jetzt gerade mal kein Problem darstellen. Oh, na, vielleicht doch. Nee, alles klar, sah nur so gefährlich aus. Muss, verfehlt. Fuck. Wie er hinter dem User-Interface hat tingelt, finde ich natürlich auch cool. Aha, danke fürs Heilen. Und das war gewastet. Warum trifft ihr denn jetzt nicht mehr? Au. Uh, er ist Drago. Komm, 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 komm. Au den Heal raus. Gott sei Dank. Das war knapp. Er lebt immer noch. Flair ist natürlich der fieseste Zauber überhaupt. Okay, es ist nicht Flair, es ist Flair-Stern. Entschuldigung. Ah, Bob. Okay. Easy. Shimmer Lancer. Bye. So, das war die Nummer 1. What was that? Ja, gerade nicht. Okay. Puff. So, wie kommen wir jetzt mit den anderen weiter? Das ist die Frage der Fragen. Äh, pff. Tatsächlich kein Plan. Okay, gucken wir mal. Hier geht's mal nicht weiter. What the hell? Wieso ich denn da runterkommen, Mami? Jetzt mal ernst. Okay, ich fürchte, wir müssen einen anderen... Nee, wir können gar keinen anderen Weg nehmen. Wait a minute. Wait a minute. Da können wir nicht runterjampen. Alter, was war das denn jetzt? Jetzt bin ich aber verwirrt. Seriously. Gut. Ist ja nichts Neues, ne? Ha. Der mittlere Weg steht uns nicht offen. Können wir nicht runterjampen. Hier geht gar nichts wie. Wie zum Knickpimmel. Kommen wir hier weiter. Na gut, da drüben sieht's genauso aus. Dann schauen wir doch mal mit euch. Weil muss ja irgendwo die Möglichkeit bestehen, denen den Weg jetzt wieder zu öffnen. Ähm, Küfgasturm, dritte Etage, okay. What? Hi, da bin ich wieder. Es geht. Also erst mal hier. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hang. Natürlich. Also Strago kannst du komplett in die Tonne kloppen. Typ. Der heilt einfach immer alle. Ich glaube, ich sollte dem Strago mal eine andere Waffe geben, ehrlich. Tschüss. Nein. Warum nicht? Wieso lebt der denn noch? What the hell? Wow. Okay. Uncool. Was? Gamma. Verreckerl. Gamma-Strahlen. Na ja. Mega. Das ist mein Held. Und... Ato... What? Danke. Finally. Mann, Mann, Mann. Was für... Fressje. Alles klar. So, Phönixfeder haben wir ja wohl genug. Und dann Selez. Vitra. Okay. Nur... Wie? Kriege ich die denn jetzt da runter? Können wir irgendwas tun? Glotzehoff. Dann geht das ab. Okay. Cool. Also, gehen wir wieder zurück. Noch nicht. Was für Dinger. Jetzt habe ich Strago immer noch keine andere Waffe gegeben. Quark. Huff. Self Ultima. Awesome. Weißt du was? Wir bleiben hier. So. Next, it's you. Alles klar. Jetzt kommen wir nämlich auch da hin. Hoffentlich. Jo. Okay. Cool. Alles klar. Dämonite. 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 Ja, wir müssen dabei bleiben erstmal. Gestolpert. Ach, Mock. Mock, du Bob. Äh, Medica. Scheiße. Items. Pff. Phönixfeder. Ja. Ja, ja, ja. Hallo. Mock. Hallo. Ah, jetzt. Da hatten wir natürlich echt einen fiesen Start gerade. So ein bisschen. Ja, okay. Jetzt passiert eh erstmal nichts mehr weiter. Oh Gott, der blinkt. Komm, hau mal. Gut. Nein. Ah. Jetzt bin ich ja mal mehr als gespannt, wer zuerst wieder auftaut. Von den Buben. Ach, Mock. Wirklich. So, Mock, dann mach mal hier. Vitra. De Vitra, Mock. Wenn er schon sonst nichts hinkriegt, ne. Scheiße, Mock. Oh, come on. Ja, der kann auch nicht zaubern. Super. Ja, es sollte aber genühen, oder? Ne, er lebt noch. Okay. Oh, kacke. Neue Immunität Erde. Die Frage ist, mach ich jetzt weiter oder nicht? Doch, ich mach einfach weiter. Komm. Ja, siehste. Ha. Statt die Wiede zu beleben. Mbob. Mutsu, Nuno, Tsukizukani. Und so. Perfect. Igon. Alles klar, next. Stream Team. So, dann kommt jetzt noch einer von denen. Vermutlich. Ziemlich sicher. Dann könnte ich alle nochmal ein Zeltchen reinziehen und dann geht's weiter. Ja, hi. Na, fuck me. Alles klar, Angriff. Äh. Angriff. Gadgets. Bohrer. Angriff. Ab geht's. Wer schütze mich? Was schütze mich? Au. The fuck. Okay, der ging schon mal durch. Au. Sauber. Self-owned. What the fuck was that? Schütze mich. Nicht cool. Ähm. Sauber. Items. Okay, das hab ich schon unterschätzt. Obviously. Ich bin. Er z hole, ich hab es nicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Egal. Ist nicht so schlimm. Fuck. Äh, äh, äh. Ja, das macht echt zu fucking viel Schaden, ey. Gibt's doch gar nicht. Okay, das ist echt unlustig gerade. Die könnt ihr euch da drüben auch mal selbst heilen. Gerade so ein bisschen wenigstens. Du nicht, okay. Mist. Da sind sie schon wieder dead, ne? Oh, ne. Okay, cool. Wen hab ich denn jetzt hier? Ja, genau. Das war zwar nicht richtig, aber ist egal. Auf wen schlägst du denn? Warum tust du das? Kann ich die nicht direkt attackieren? Okay. Äh. What? The Borre ist das Einzige, was hier durchgeht. Richtig. Das heißt, wir können uns hier auf jeden Fall auf Vitra versteifen. Beziehungsweise Phönixfeder. Okay. Ja, wir sollten sie nicht direkt attackieren. Jetzt hab ich's gemerkt. Great. Das hat ja auch gar nicht lang gedauert oder so. Gut. Ähm. Ein Versuch ist es wert. Gadgets Borre. Das überlebt er schon wieder nicht. Also. Phönixfeder. Da. Ah, Blitz kommt an. Okay. Aber das heilt sie. Na super. Äh, Magie. Viagra. Et. Fuck. Föhrer, versuchen wir das doch mal. Du machst jetzt Vitra auf uns. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir Edgar am Leben halten. Äh. Damit er mit seinen Gadgets hier angreifen kann. Weil wir sonst mit nichts durchkommen. Genau. Das ist im Grunde die Taktik, die wir jetzt hier raushauen müssen. Hammer. Freu mich. Ich bin gern. Untertitelung. BR 2018